Als russische Garde werden Eliteeinheiten des Russischen Reiches und der Russischen Föderation bezeichnet. Diese Einheiten sind von der Kremlgarde, der Roten Garde, den Weißen Garden sowie der Sowjetischen Garde zu unterscheiden. Die Gardeeinheiten im Zarenreich Zar Peter I. schuf im Jahre 1690 die Kaiserliche Garde, die zunächst als Leibgarde seinen persönlichen Schutz gewährleisten sollte. Im 18. Jahrhundert bestand die russische Garde-Infanterie aus den drei Regimentern Preobranschenski, Seminovski und Ismailovski. Die Regimenter Preobranschenski und Semjanovski wurden aus den Kinderregimentern Peter Si, den sogenannten Potjeni, gebildet. Die Namen gehen auf die Dörfer zurück, in denen sie aufgestellt worden waren. Unter Zarin Katharina I. wurden Ukrainer, Esten und Kurländer rekrutiert, um das Regiment Ismailovski auszuheben. Aus ehemaligen Grenadieren des Regiments Preobranschenski wurde dann 1742 die Leibkompanie gegründet. Kavallerie der Garde gab es zunächst nur als Ehreneskorte, die die Zarin Katharina I. bei ihrer Krönung 1724 begleiteten. Die Chevalier Garde sollte jedoch doch in den Folgejahren nicht durchgängig bestehen. Erst Katharina II. begründete 1762 wieder ein Kavalleriekorps der Garde. Die Leibhusaren der Garde überstanden 1788 die Auflösung der Husarenregimenter. Unter Paul I. wurde das Kavalleriekorps der Garde dann wieder aufgelöst, entstand 1799 aber erneut. Zarpeter III. stellte 1762 ein Artilleriebataillon der Leibgarde auf. Es wurde jedoch im gleichen Jahr von Katharina II. wieder aufgelöst, um die Kompaniebombardiere des Regiments Preobranschenski sowie die Artillerieeinheiten der Regimenter Semenovski und Ismailovski unabhängig zu machen. Paul I. fasste die drei Einheiten 1796 erneut zum Bataillon der Leibgarde zusammen. Bis 1917 wuchs die Garde der Zaren auf 13 Infanterie-, 4 Schützen- und 14 Kavallerie-Regimenter sowie weitere Unterstützungseinheiten an. Diese Einheiten wurden wie die reguläre Armee eingesetzt. Die Garden in der Sowjetzeit Nach der Oktoberrevolution wurden alle Garde- und Eliteeinheiten von der neuen Sowjetregierung aufgelöst. In der neu gegründeten Roten Armee gab es keine Garden. Teile der bisherigen kaiserlichen Garde-Einheiten schlossen sich den Weißen an und wurden im Bürgerkrieg besiegt. Stalin führte zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in der Roten Armee die Bezeichnung Garde wieder ein. Einheiten aller Waffengattungen, die sich im Kampf besonders auszeichneten, wurden in den Rang einer sowjetischen Garde-Einheit erhoben. Die Garde-Einheiten der Russischen Föderation Nach 1991 behielten diese Einheiten in der Russischen Föderation ihren Garde-Status, wurden aber nun zu russischen Garde-Einheiten. Ein großer Teil dieser Einheiten wurde aus Geldmangel aufgelöst, sodass heute nur noch wenige Einheiten mit dieser Auszeichnung bestehen. Mit dem UKAS Nummer 32 des russischen Präsidenten Putin vom 22. Dezember 2000 wurde anlässlich des 300-jährigen Beste-Hins der Garde der 2. September als Gedenktag festgelegt.